Guten Tag, ich möchte Ihnen heute eine ganz kurze Einführung zum Transparenzregister geben. Worum geht es dabei? Das Geldwäschegesetz schreibt eine ganze Reihe von Verpflichtungen vor und eine dieser Pflichten ist es, für eine Vielzahl von Unternehmensformen ihre sogenannten wirtschaftlich Berechtigten zum Transparenzregister zu melden. Das ist nicht das Handelsregister, sondern ein weiteres Register, was unter der Seite www.transparenzregister.de aufrufbar ist. Jetzt aber die Frage, wer ist oder wer sind diese wirtschaftlich Berechtigten? Das sind sozusagen die Personen, die Menschen, die hinter dem Unternehmen stehen oder in der Sprache des Gesetzes diejenigen, die unmittelbar oder mittelbar mehr als 25 Prozent am Unternehmen halten. Sollte es solche Personen nicht geben oder sie sich nach den Vorgaben des Gesetzes, das macht ihr zu Vorgaben, sich nicht ermitteln lassen, gibt es sogenannte fiktive wirtschaftlich Berechtigte. Das sind etwa die Geschäftsführer der GmbH, um die es gilt selbst. Diese sind also dann zum Transparenzregister zu melden. Wie das geht, zeige ich Ihnen gleich und zwar am Beispiel einer GmbH. Diese GmbH hat keine tatsächlichen wirtschaftlich Berechtigten, sondern eine fiktive, nämlich ihre einzige Geschäftsführerin. Wir werden jetzt gleich die Seite www.transparenzregister.de aufrufen und ich werde Ihnen zeigen, wie man diese Person eingibt. Idealerweise haben Sie schon ein Nutzerkonto erstellt, sonst können Sie dies hier erstellen. Da für unseren Beispielsfall bereits ein Nutzerkonto erstellt ist, klicken wir gleich auf Anmelden. Anmeldedaten sind E-Mail-Adresse und Passwort. So, dann kommen Sie auf die erste Seite und haben da verschiedene Funktionen zur Verfügung. Wir klicken auf Meine Aktionen. Da die Gesellschaft, um die es geht, noch nicht angelegt ist, müssen wir zunächst die Gesellschaft anlegen, bevor wir den wirtschaftlich Berechtigten melden können. Das machen wir hier unter Transparenzpflichtige Rechtseinheiten anlegen. Ein etwas sperriger Begriff, aber man gewöhnt sich dran und kann dann entsprechend Gesellschaften anlegen. Neue Transparenzpflichtige Rechtseinheit anlegen. Es handelt sich um eine juristische Person des Privatrechts, nämlich eine GmbH, also hier das erste Feld ankreuzen. Diese ist im Handelsregister eingetragen, das ist bereits vorgeblendet, also okay. Unsere Beispielsgesellschaft hat ihren Sitz in München. Registerart HRB für Kapitalgesellschaften, wie hier unsere GmbH. Die Registernummer haben Sie aus dem Handelsregister. Ebenso den Namen, also die Firma der Gesellschaft. Die Gesellschaft wurde gefunden. Sie können sie hier auswählen. Legal Entity Identifier müssen Sie nicht angeben, das ist kein Pflichtfeld, also okay. Die Bestätigung ist abzugeben. Für die Gesellschaft sind einige wenige Pflichtdaten anzugeben. Die weiteren Daten sind optional. Ansprechpartner können, müssen aber nicht angegeben werden. Hier haben Sie noch einmal die Übersicht als Kontrollansicht. Wir checken das noch einmal nach. Wir haben eine juristische Person des Privatrechts, hier eine GmbH. Stimmt, diese ist im Handelsregister eingetragen. Unter der Firma BBT 08-23 Vermögensverwaltungs GmbH mit Sitz in München. Registernummer ist 282724. Das passt alles. Wir haben hier unsere weiteren Daten. Zu den übrigen Daten haben wir keine Angaben gemacht und mit Speichern ist die Gesellschaft angelegt. Hier haben Sie noch einmal die Kontrollansicht und können das als PDF oder als Hardcopy ausdrucken oder zurück zur Übersicht gehen. Als nächsten Schritt geben wir den wirtschaftlich Berechtigten ein, beziehungsweise melden ihn. Dazu müssen wir zuerst die GmbH oder die Gesellschaft eingeben, zu der der wirtschaftlich Berechtigte gemeldet werden soll. Die Gesellschaft wurde gefunden und entsprechend melden wir hier den wirtschaftlich Berechtigten an. Hier ist eine kurze Zeichenerklärung. Wir klicken jetzt auf Plus, also Auftrag erstellen, nämlich wirtschaftlich Berechtigte eintragen. Auf dieser Seite werden die wirtschaftlich Berechtigten erfasst. Da es sich nicht um eine Korrektur oder Berichtigung handelt, klicken wir diese Feld nicht an, sondern schalten auf Weiter. weiter. Gültigkeitsdatum von ist in unserem Fall der 27. Februar 2023 und Gültigkeit ist bis auf Weiteres. Hier werden jetzt die gesetzlich vorgegebenen Daten zu den wirtschaftlich Berechtigten erfasst. Wichtig ist hier auch nicht nur, dass alle Daten korrekt erfasst werden, also alle Vornamen, Staatsangehörigkeiten etc., sondern hier auch der Typ des wirtschaftlich Berechtigten. Es gibt den tatsächlichen und den fiktiven wirtschaftlich Berechtigten. In unserem Fall, wie gesagt, ist Frau Gloso fiktive wirtschaftlich Berechtigte. Hier wird automatisch vorgeblendet Funktion des gesetzlichen Vertreters. Das ist zutreffend. Daher können wir den wirtschaftlich Berechtigten übernehmen. Wir hätten hier die Möglichkeit, weitere wirtschaftlich Berechtigte einzutragen. Da Frau Gloso in unserer Beispielsgesellschaft die einzige Geschäftsführerin sind, gibt es keine weiteren Personen, die hier zu melden sind. Hier sind weitere Angaben zu wirtschaftlich Berechtigten zu machen. Wir klicken an, es gibt keinen tatsächlichen wirtschaftlich Berechtigten. Wir haben geprüft, es konnte keine natürliche Person ermittelt werden, die unmittelbar oder mittelbar über 25 Prozent am Unternehmen hält. Das ist also hier die korrekte Angabe. Daher können wir auf Weiter klicken. So, hier haben wir noch einmal unter 5 von 5 eine Kontrollansicht zu unserer Gesellschaft BBT 0823 Vermögensverwaltungs GmbH. Es handelt sich nicht um eine Berichtigung. Die Datumsangaben sind korrekt. Die Angaben zur einzigen hier fiktiven wirtschaftlich Berechtigten können hier noch einmal überprüft werden. Und schließlich sind zwei Bestätigungen abzugeben, ohne die es nicht weitergeht. Wenn Sie jetzt auf Auftrag erteilen klicken, wird der Auftrag zur Meldung der wirtschaftlich Berechtigten abgesendet. Das machen wir jetzt, nachdem wir alles überprüft haben. Hier sind noch einmal die Meldedaten und hier können Sie sich die PDF-Eingangsmitteilung abrufen. Damit ist die Eingabe der wirtschaftlich Berechtigten beendet und wir können zum Start zurückkehren und haben die Eingabe damit fertiggestellt. Es empfiehlt sich, die Belege auszudrucken beziehungsweise abzuspeichern. Ich würde mich freuen, wenn ich Ihnen einen ersten Einblick geben konnte, einen kleinen Einblick, wie man wirtschaftlich Berechtigte zum Transparenzregister erfasst. Oftmals liegen die Herausforderungen bisweilen Schwierigkeiten darin, den oder die wirtschaftlich Berechtigten überhaupt erst zu ermitteln und dann entsprechend eine korrekte Meldung abzugeben. Das bedarf dann der genauen Prüfung im Einzelfall. Ich darf mich herzlich bedanken.